Bringe dich mit deiner eigenen Technik in einen entspannten Bewusstseinszustand. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Erkläre deine Absicht, Frieden und Heilung in die Lage, im Iran zu bringen. Stelle dir eine Säule aus rosa Licht vor, die von der galaktischen Zentralsonne ausgeht und dann durch deinen Körper tief zum Zentrum der Erde hinabsteigt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Visualisiere dieses Licht, das durch dein Herz und dann durch deine Hände direkt zu allen in den iranischen Konflikt verwickelten Personen fließt, um alle zu harmonisieren und Frieden zu bringen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Lasse das rosa Licht dann weiter fließen und heile alle anderen Konflikte weltweit. Lasse das rosa Licht Untertitelung des ZDF, 2020 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 und der Harmonie auf alle ungelösten Situationen in Bezug auf den Iran-Konflikt und alle daran Beteiligten zu lenken. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 und heile alle anderen Konflikte weltweit. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020